so da sind wir und da sind wir da sind wir aber ja dankeschön spiel warum übernimmst du meine einstellung nicht video ja auflösung ist total die falsche auflösung die falsche auflösung das machen wir mal eben ganz kurz wo ich es vorhin extra richtig eingestellt hatte fensters auch falsch machen wir bitte fenster voll anwenden ach so f drückt so jetzt sieht er mal ganz kurz nix ich sehe aber auch gerade nix ja bestätigen gut audio hat er das auch wiederum die audio geht glaube ich so also ich habe nur ein bisschen total gespielt bisher ja das heißt wo sind wir gekommen von hier vorne sind wir gekommen ja von hier vorne gekommen hier war vorhin durchgang gewesen wir sind von da univer gekommen und mussten uns ein bisschen durch prügeln einfach nur das normale kleine stinknormale gemetzel haben wir uns hier schon ein bisschen angeguckt fähigkeiten zwei von acht operations basis ausbauten des weißen hauses mitarbeiter eins von acht glaube das ist bis jetzt immer noch der hier ja der quartiermeister okay weiß der hier hier haben wir so ein kleines lager weil da habe ich mich vorhin noch gar nicht umgeschaut weil ich wollte mich auch nicht zu dolles spoilern ich wollte nur schon mal das tutorial fertig haben heißt hier könnt ihr immer noch nachgucken was es hier so schön es gibt oder könnten jetzt unsere erste ich sage mal richtige mission glaube spielen so hier soll man hin ja wir sind zu dieser siedlung entscheidend hier eine zone stufe 2 bis 7 aufheben kann ich hier ein lobby schnell spiel 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 9 oder? Warte mal, ich habe da gerade irgendwas gesehen, was nicht immer sozial ist. Was kann ich hier machen? Einladen. Tyron! Sei gegrüßt! Also doch, da war da gerade was. Da stand da gerade was von Verstärkung rufen. Verstärkung wird gerufen. Ja, wenn ich mache, muss ich mal alleine. Keine Ahnung. Warte, wo ging es denn raus? Hier vorne, ja? Hier vorne ging es raus. Wenn nicht, probieren wir es einfach ein bisschen alleine. Und zocken hier mal eine Runde. Hier ist jemand. Ein anderer Mitspieler. Ah, Freund oder vereint? Ja, schönen guten Tag. Spieler betrachten. Komm, wir laufen mal dahin. Wir gucken mal, was uns da erwartet. Äh, wo geht es denn hier raus? Kann ich auch mit einem Heli fliegen? Guten Tag. Äh. Kann ich hier runterspringen? Kann ich nicht runterspringen? Warum das? Würde ich mir da etwa ein Weinschie brechen? Essen dabei und das Willkommen. Gut, sehr gut. Okay, wir können auch hier durchs Gebäude gehen. Vielleicht kommen wir auch hier raus. Verstärkung wird gerufen. Ich weiß ja nicht, ob diese Missionen halt für einzelne Personen ausgelegt sind, oder? Äh. Ah, ich komme hier doch raus. Okay. So. Gut. Was, 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 was? Okay. Hier liegt schon die erste Leiche. Hat aber nichts dabei. Okay. Ich hoffe, das haut es so an sich. Okay. Okay. Hier können wir irgendwas plündern. Aber was? Stand jetzt hier nicht, oder? Doch, da unten. Stahl. Okay. Ah, geht doch. Endlich können wir hier mal runterspringen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Vektor... Hm, 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 hm. Zwei. Können wir ja aber mitnehmen. Warte, wo kann ich die mitnehmen? Plündern. Da vorne ist noch was. Okay, dann springen wir mal hier runter. Au. Eiche an. Die haben wir gerade nicht gekriegt. Nee, so hoch war das noch nicht. Nice. Was ist das hier für eine Markierung? Ist das der Weg, äh, der, der, den Weg, den wir laufen sollen? Okay, da vorne höre ich schon irgendwas. Ballern. Das haben wir hier irgendwie entdeckt, okay. Können wir hier irgendwie... Ah, ja. Okay, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, ja? Gibt mir da ein bisschen Zeit. Äh, was kann ich hier noch machen? Was? Ah, ich brauche mal einen Schlüssel, den ich nicht habe. Ja, alles plündern. Wir nehmen ja mal alles mit, oder? Wurde ich sagen. Was sortieren können wir bestimmt in einer sicheren Zone irgendwann mal. Ja, nehmen wir mit. Mach mal hier die Luke auf. Danke. Können wir noch mal was plündern? Du, du, du. Können wir schon mal nachladen. Wenn wir nur zu. Da ist schon wer. Okay, ein, zwei, drei Leute. Äh, nee, ich spiele gerade nicht mit dem Controller. Ich spiele gerade mit Maus und Tastatur. Oh, nachladen natürlich. Da vorne ist er doch, oder? Da, 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 da. Da kann mal raus jemanden sein. So. Hä? Wieso noch einer? Oh. Oh. Okay, er hatte Granate, ich spissen. Oh, jetzt hätte ich gerade nachgeladen. Oh, du bist weg. Da hinten ist auch noch einer, ja? Ist er jetzt bei mir in der Gruppe hier, der Kollege? Nee, nee. Doch, warte mal. Da unten wird angezeigt. Okay. Er ist in meiner Gruppe. Cool. Das ist nice. Okay, das gefällt mir. Ich muss sagen, dafür, dass ich das allererste Mal Division spiele, macht das eigentlich Laune bisher. Also Teil 1 habe ich nicht gespielt. So. Hier haben wir noch was im Plünder und das nehmen wir auch mal mit. Hi, Seth. Ich weiß nicht, hier gibt es aber bestimmt auch einen In-Game-Voice-Chat oder sowas, oder? Ich glaube, den habe ich aus, oder? Ich weiß nicht, ich habe da rein jedenfalls nicht rumgepastelt. Äh, nehmen wir mal alles mit. Oh. Da war es aber gerade laut zu Hause, hier. Okay, der Kollege. Wo ist denn der jetzt? Der ist nach da hinten, die Rand, oder? Ich denke mal, dieser blaue Punkt ist doch er, oder? Ist er nochmal zurückgelaufen? Das Spiel sieht mega geil aus. Ähm, was ist denn das hier? Downtown East? Okay, Stufe 2 bis 7. Also ich muss sagen, grafisch, grafisch sieht das mega geil aus gerade. Ich hoffe, warte mal, mit der Kamera verdecke ich nicht irgendwie was Spielentscheidendes, oder? Nee. Ich glaube nicht. Die Kamera ist, glaube ich, an der guten Position da. Was ich halt noch machen muss Eingehender Ruf von Ancient Okay, und wie kann ich das jetzt annehmen? Ist das er hier? Ne, das bin ich Warte mal, ich hab da gerade die Lesen, Eingehender Anruf Wie guck ich das nach? Wie darf ich Ihnen helfen? Okay, wie ich das jetzt nachgucke Weiß ich alles jetzt auch gerade nicht Einfach hab ich ja irgendein Ein schönes Blatt Hab ich gerade bekommen Kannst du hier ruhig reingehen Wo denn? Was ist denn da? Oh Warte, ich mach mal ganz kurz so Bitte So So So, da plündern wir einfach mal ein bisschen was Also ich glaube, das hat Multiplayer richtig schönes Potential Äh, ich würde das ja eigentlich mit einem Gurkenkind zusammenspielen Aber der ist anscheinend Nicht online Er ist anscheinend nicht online, der Lümmel Reagiert auch gerade nicht auf die Nachrichten Da ist ein Reh Warte mal Warte mal Ich will mal ganz kurz Kann ich hier einfach so raustappen? Ja Warte mal, die Gurke hat gerade so Ich wäre nämlich Hammer, wenn das noch klappen würde heute Äh Okay Okay Eingehender Anruf Wieder von den nächsten Wie kann ich denn das annehmen? Äh, da müssen wir hier hin Wie kann ich denn hier diesen eingehenden Anruf Wie kann ich denn den beantworten? Ich habe keine Ziele gefunden Was ist denn das hier? Äh Ich habe den ersten Teil nie gespielt Darum denke ich mal, das wäre echt von Vorteil vielleicht gewesen Spielersuche beginnen Wollen wir das hier machen? Ach da, den Ruf vollgeleisten Äh Jetzt glaube ich, jetzt glaube ich geht's Oh, ne? 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 Hallo So Ich glaube, jetzt hört man mich nicht mehr Ähm Ich habe jetzt mal den Watchtet ausgemacht Äh, nicht dass ich jetzt gegen irgendwas gegen andere Spieler hätte Okay, ich verstehe noch ein bisschen Er versteht mich aber gerade nicht Weil wenn ich jetzt einfach so rumlabere Ich meine, das irritiert ihn bestimmt auch Und nervt ihn bestimmt Weißt du? Warte mal, wir können doch mal In den Einstellungen gucken Und das war hier bei Audio, ja? Mikrofon aktiv? Nein Also was? Die Push-to-Talk gibt es hier aber nicht, oder? Push-to-Talk, aber das ist Ich kann ja mal die Gruppenlautstärke ein kleines bisschen hochsetzen Damit ich Felix ein bisschen höre So, was machen wir denn hier eigentlich? Ist das immer noch dieselbe Mission trotzdem? Ah, okay, gut Das ist dieselbe Mission Aber man kann ja auch so spielen Man kann ja auch, denke ich mal, so spielen Guck mal, da vorne ist ein Reh Ein kleines, hilfloses Reh Da läuft es Bambi Schieße ich schon wer? Okay, grafisch Grafisch muss ich sagen Sieht schon mega geil aus Warte, warte, warte Wenn mein Englisch mal jetzt gut wäre, ja? Das wäre schon Hammer Okay, hat er eine Granate? Hat er nicht Gut, dann werfen wir einfach mal eine Gucken mal, dass da noch einer reinläuft Aber anscheinend nicht Das blindern wir jetzt einfach mal Nice Hab ich gerade die Tür zugemacht? Nee, nee Morgen Fortnite Nee, morgen nicht Samstag Firon, Samstag Morgen nicht Morgen gönne ich mir mal Einen Abend Pause Mit streamen Aber das habe ich öfters eigentlich mal vor Dass wir abends einfach mal so Auch in der Woche mal ein bisschen streamen Vielleicht auch mal schon eine Stunde eher anfangen So, weißt du Damit das nicht ganz so krass spät wird, weißt du So Ey, lacht der mich gerade aus Auf jeden Fall haben wir uns schon mal herausgebrochen, wie das hier mit den Koop geht, ja? Mit dieser Spielersuche Guck mal, da vorne sind schon welche Die stehen da oben drauf Okay, warte mal Wo sind denn die da oben, ja? Kann ich da irgendwie noch näher rankommen? Der schießt immer gleich los Also, weil komme ich gar nicht mit den Granaten Ich werfe trotzdem eine Den da vorne sehe ich gerade leider nicht Müsste noch ein bisschen nach oben kommen, ja? So Okay Da vorne retten wir glaube ich noch einer, oder? Habe ich da hinten noch ein Rennen sehen? Kann auch ein kleines, hilfloses Reh gewesen sein Achso, ja Morgen die SSV Ja, das können wir machen Das können wir machen Plündere hier einfach mal Ich habe jetzt eine Kamera bekommen So, und warum hat sich das gerade nicht gut angehört Dieses Geräusch? Plündert er gar nicht? Ich nehme mir einfach alles mit Ich weiß ja nicht, ob irgendwann hier mein Rucksack oder mein Inventarplatz voll wird Ich glaube, da vorne ist, glaube wer Ja Komm, da links auch Das ist mein Kollege, da ist er Oder hat mal die da? Was, weil Baum Milch macht? Was ist das wieder für eine Aussage? Ich muss näher ran, glaube ich Die Waffe verzieht sehr, sehr stark Hi Was abrollen Achso, wenn ich zweimal das drücke? Cool Ich habe jetzt noch nicht gewusst Hinter uns Hinter uns Aus dem Weg, Junge Kannst aber nicht einfach hinrennen So, mein schöner Oh, oh Ich war gerade in meinen Looten Achso, der ist tot Ich war doch gerade beim Looten, Alter Hättet mir auch mal Rückendeckung geben können Ja, ich kann dich hören, aber ich antworte gerade nicht Und außerdem, mein Englisch ist nicht das Beste Also ich verstehe leider immer nur ein bisschen Bruchteilmäßig was Äh, warte mal, wie war denn das nochmal? Achso, ja Outro Outro Vielen Dank.